Kennst du das, wenn dir einer entgegenkommt, sagen wir mal ein Mann, ist egal, kommt dir einer entgegen und sagt Mensch, lange nicht gesehen, wie geht's? Und du sagst, gut, und selbst? So, jetzt fängt er an zu erzählen. Krankheit und Verderben. Du hörst zu, ach mein Gott, so schlimm, und was passierte dann? Ach, dann wurde es noch schlimmer, ach Gott, ja. Und er erzählt und erzählt. Und du denkst die ganze Zeit, wer ist das nochmal? Aber wenn du schon eine Viertelstunde zugehört hast, dann kannst du ja nicht anschließend sagen, sag mal, wer bist du eigentlich? Es ist zu spät, du hast den richtigen Zeitpunkt verpasst.